Die Niederlage von Manchester United im EFL Cup gegen Derby County 7 zu 8i Edy Highlights im Video hat Spuren hinterlassen. Am Tag danach wird deutlich, wie zerrüttet das Verhältnis von Mittelfeldstar Paul Pogba und Trainer Jose Mourinho ist. Beim Training am Mittwoch fällt die Begrüßung der beiden extrem kühl aus Pogba bekommt von The Special One augenscheinlich zudem eine Ansage. Auf einem Video von Sky Sports ist zu sehen, wie der französische Weltmeister auf den Platz joggt und unter anderem mit Assistenztrainer Michael Karik und einem anderen Steph-Mitglied abklatscht. Mourinho und Pogba mit angespanntem Verhältnis Mourinho, dessen Verhältnis zu Pogba als jeher angespannt gilt, kann sich einen Kommentar offensichtlich nicht verkneifen, was Pogba mit einer fragenden und erstaunten Miene zurücklast. Er lebe die Premier League live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Die Eiszeit zwischen den beiden scheint also weiter anzudauern. Zuletzt hatte Mourinho Pogba bereits als Vizekapitän abgesetzt und eine Erklärung dazu abgegeben. Just in, forst die Footage Just in from Edmunds Training Session between Paul Pogba and José Mourinho, what has been said between the pair this morning. pic.twitter.com-n-reitet Sky Sports News at Sky Sports News 26 September 2018 September 2018 Wir sehen uns beim nächsten Mal.